Mein Name ist Wolfgang, ich bin Post-Polio- und Polio-Patient und trage seit einigen Monaten das neue Seabraise. Und mein Leben hat sich komplett verändert, deshalb strahle ich auch so. Es ist ein Geschenk im Grunde. Das klingt sehr, sehr schön. Das neue Seabraise, du hast es schon erwähnt, hat ganz viele neue Features. Ein Feature davon ist, dass der Orthopädie-Techniker nach der Zertifizierung im Hause von Ottobock das Seabraise verbauen darf und kann. Ja, genau. Was hat sich für dich verändert? Ich kann Dinge tun, die ich vorher einfach nicht konnte, weil dieses neue Gelenk sich intuitiv steuern lässt. Das heißt, man kann wirklich schlampig laufen und es macht alles, was man will. Man muss gar nicht darauf achten, man muss einfach nur laufen. Und da es so sensibel ist, reagiert es auf die kleinste Bewegung, macht alles mit und ich vergesse tagsüber regelrecht, dass ich überhaupt eine Orthese trage. Also ich ziehe sie morgens voller Dankbarkeit an und abends voller Dankbarkeit aus und dazwischen vergesse ich sie eigentlich. Ob ich jetzt meinen Enkel auf die Schulter nehme oder einen Motorsägel, es ist immer, immer sicher und man fühlt es nicht. Was hat sich noch für dich verändert? Wir sprechen von der digitalen Welt, der Orthopädie-Techniker hat Zugriff auf das Seabraise, auf das neue, über das Tablet. Du hast auch eine App? Ja, ich habe eine App, wo ich das jederzeit ansteuern kann. Dann gibt es verschiedene Modes. Ich habe jetzt den Basismode, das heißt, das ist der normale Alltagsmode. Das ist mein persönlicher Mode. Das ist Fahrrad-Mode, jetzt ist sie ganz frei. Also ich halte mich mal an dir feste. Und man kann sehen, ist keine Sperrung mehr. Ich muss mich auf das andere Bein stellen und schalte aber blitzschnell wieder um. Und eine Sache, wofür ich Otto Bock ganz besonders dankbar bin, das habt ihr schon lange. Es war Zeit, dass wir das auch bekommen. Hier kannst du die Dämpfung einstellen. Oh ja. Also an starken Tagen runter, also ziemlich weit unten jetzt bei mir. Was haben wir heute? Heute haben wir einen starken Tag, oder? Heute haben wir einen starken Tag. Jeder Tag ist ein starker Tag jetzt. Dann treffen wir uns in zwei Jahren beim Tanzen, oder was? Ja, genau. Dankeschön.